Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir stehen noch in Oakland. Ich wollte schon wie Oxnard sagen, deswegen habe ich noch einen Pfund nach oben. Nur deswegen haben wir es gerade so langsam gesagt. Wir schauen mal, wo die Reise geht. Wir müssen uns ja im Grunde genommen mehr so Richtung Kansas oder halt in diese Richtung halten, weil Nebraska höchstwahrscheinlich der nächste Stadt, das rauskommt, macht zumindest am meisten Sinn. Das heißt quasi ein bisschen nach oben gearbeitet wird. Deswegen sollten wir vielleicht in Kansas oder in Colorado fahren, um dort eine Garage zu bekommen und sie zu kaufen. Deswegen halten wir uns erst mal da ran. War ich vorher bei Wyoming? Ne nachher doch. Wyoming war es aber schon da. 103.400. Die Frage ist, gibt es bei Cheyenne eine Garage? Cheyenne wahrscheinlich eine Garage haben. Cheyenne hat eine Garage. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Cheyenne. Insofern der Auftrag noch da ist. Es war ja so klar. Dann fahren wir halt nicht nach Cheyenne, was so noch nice wäre, wenn man irgendwie nach Start filtern könnte. Und Cheyenne ist wieder da. Wieder mit Terminal Zugmaschinen. Sehr schön. Da fahren wir erst die 1200 Meilen, würde ich sagen. Fahren wir dann mit den Terminal Zugmaschinen. 29.000 Pfund von Stockton. Da kann ich vorgehen. Das heißt, wir fahren jetzt mal nach Stockton. Okay, wir sind sogar hier im Bereich, ja gut, dass wir im Bereich von San Francisco sind, ist ja klar. Aber Stockton ist interessant. Und auch wenn ich wirklich darauf achte, wo wir sind, fahren wir nach Cheyenne für 103.000 und kaufen dann, wenn wir dort angekommen sind, eine Garage. Dann fahren wir kurz zu Volton in Stockton. Ähm, ja. Jetzt sind auch wieder einige Fahrzeuge hier. Über Nacht dazu gekommen. Den holen wir mal raus. Die Frage ist, ich muss wahrscheinlich jetzt nach links und nicht nach rechts, ne? Ich muss nach links, ja. Man muss ja nicht immer blind den Navi hinterher fahren. Das Schöne ist, wir kommen dann jetzt auch wieder in Gebiete, wo wir mit der Cheyenne fahren können. Das ist in Kalifornien. Aber naja, es ist auch schön, hier kurz in Kalifornien wieder gewesen zu sein. Mal schauen, wohin die Reise da beim nächsten Video geht. Äh, könnte ich prinzipiell sogar eigentlich mal nachschauen. Wir haben jetzt gerade Sonntag. Also eigentlich wollte ich das wieder hier eigentlich ja am... Boah. Es ist die Frage, war das Dienstag oder... oder... War das jetzt diese Woche auch Montag? Ich dachte Montag. Wollte eigentlich auch am Montag schon aufnehmen, aber irgendwie... Ich weiß gar nicht was war, aber irgendwie ist es nicht dazu gekommen. Deswegen nehme ich jetzt gerade am Sonntag auf für die nächste Woche. Morgen habe ich dann auch nochmal frei, dann... Werde ich dann morgen dann das nächste ETS... äh, das nächste ATS wieder aufnehmen. Ja, also gut. Äh, die nächste Woche ist noch nicht die vom 26. Ich glaube nämlich am 26. Ich glaube nämlich am 26. Ich glaube nämlich am 26. Kommt nämlich glaube ich... Nein, nein. In dem richtigen Sinne... Das nächste Modul... Also quasi die nächste Erweiterung von Neverwinter raus. Dann wird es da auch wieder eine neue Lockbox geben. Dies habe ich schon dafür, das heißt äh... Dann wäre zumindest Sonntag dafür schon geplant. Aber Dings... Nächste Woche ist ja gar nicht... Oh, wie ist ein Spießausgang? Okay, Niederlage, super. Einfach 3 zu 4. Ähm... Ja, ne, kann nicht sein, ne? Ist ja, ist ja, ist ja... Ne, noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Das sind noch 12 Charge, bis dann das rauskommt. Also... Ja, das dann... Äh... Kommt dann am Freitag... Okay, ist ja auch ein realer Charg. Normalerweise kommt es ja eigentlich... Hm? Normalerweise kommen die Sachen am Donnerstag raus. So in der Regel und so. Wollen wir mal unter auf 50. Boah, war es der 23. Dann wäre es ein Dienstag. Das wird ja auch schon Sinn ergeben. Kann ja auch der 23. gewesen sein. Auf jeden Fall, da wird das Video da schon verplant. Dann könnte man ja... In der Theorie... In der Theorie... Entweder... Kommt dann diese Woche... Railroad Corporation raus, wenn ich das denn heute noch aufnehme. Oder morgen. Ähm... Irgendwie Railroad Empire. Wollen wir schon mal gucken. It's all over now. Super. Die Umfrage läuft zwar noch, aber... Okay, wir wollten nicht mehr nachgeschaut, aber die Lise ja sei noch... Sei ja gut aus dafür, dass Railroad Empire... Ich würde es mal von der Platte verschwinden lassen sollen. Ein Flugzeug. Äh... Die hat auch echt schon lange drauf. Ich habe auch bei der Platte auch immer noch eine Kampagne von... Transport Fever. Da kann ich auch noch mal eine Umfrage machen. Ob ich da draus bin, soll ich nicht. Also... Ich gehe noch auf der Platte. Also gut, ich weiß noch, dass Railroad Empire... äh... Ach, Railroad Empire sei schon. Bescheid zu hoher und die Reise geht, bevor ich weiterquetsche. Äh... Wir fahren wieder die Interstate 5 hoch. Äh... Fahren da bei Sacramento auf die Interstate 80. Fahren da die Interstate 80 eigentlich... Ja gut. Bis Salt Lake City durch. Und fahren eigentlich bei Salt Lake City auf die Interstate 80 weiter. Eigentlich fahren wir die komplett... Die Interstate 80... Nach Cheyenne. Um uns dann eine Karte zu kaufen. Ähm... Also ich weiß noch, dass ich... Äh... Das Video ist, glaube ich... Ich weiß ja nicht... Drei Stunden oder dreieinhalb Stunden... Von Transport Fever... Äh... Von dem Kampagnen Video. Ich weiß noch... Also... Okay, jetzt... Jetzt muss ich sagen, ich glaube, ich weiß noch. Ähm... Also es kann natürlich sein, wenn das die Folge... Äh... Aber die Kampagne ist... Entweder mit... Mit der Edison... Thematik... Oder nach der Edison Thematik. Ich glaube, danach. Muss ja danach gewesen sein. Dann meinte ich mich noch erinnern zu können, dass ich... Da... Irgendwie nochmal neu reinladen musste. Ähm... Und dann... Neu gestartet habe oder so. Und dann habe ich halt bis zu dem Stand... Äh... Das war weiter aufgenommen. Wo ich aufgehört habe. Oder aufhören musste. Ich glaube... Ich glaube es war entweder... Ein Bug irgendwie, dass es nicht weiter ging. Oder dass ich irgendwie keine Kohle mehr hatte. Eins von beiden. Auf jeden Fall... Da sind... Das sind... Das ist dann wahrscheinlich... Ich schätze mal... Wenn das dreieinhalb Stunden lang ist... Dann ist es glaube ich... Äh... Dann... Nach dem Schnitt... So um die... Zweieinhalb bis... Zwei dreiviertel Stunden lang. Railway Empire... Weiß ich nicht... Ob da was war. Railway Empire... Könnte sein, dass es halt echt ein langes Video ist. Mit drei Stunden oder so. Aber in dem Fall dann so ist... Dann wird das wahrscheinlich auch ein früheres Sonntagsvideo. Dann... Veröffentliche das dann schon um 18 Uhr. Noch nicht um 20 Uhr. Aber Railway Empire kann ich mich grad überhaupt nicht mehr daran erinnern. Also ich kann mich noch so grob an die... Karte erinnern. Glaube ich. Die da gewesen ist. Ich glaube es zumindest. Das kann natürlich auch sein, dass ich... Wobei es kann auch sein, dass ich... Die Karte von der ersten Kampagne noch vor Augen habe. Hm... Werde ich dann ja sehen. Oh Gott. Genau. Hier wäre es noch... In Dings habe ich kurz reingeschaut. In... In Railroad Corporation... Ähm... Ob das denn... Rund läuft. Weil wie gesagt... Floodland... Das ist... Gut... Floodland ist glaube ich von 2000... Boah... 21... 22... Also auch noch nicht alt. Ist auch noch sehr neu. Railroad Corporation ist ja auch... In Anführungszeichen nur 5 Jahre alt. Also... Nicht viel älter. Und wie gesagt... Floodland... Äh... Läuft auf diesem... Äh... Ersatzrechner... Nicht... Rund... In der... Sch... Schlechtesten Qualität. Leider. Ähm... Aber bei Dings sah das eigentlich schon ganz gut aus. Bei... Radio Corporation... Das heißt dann würde ich äh... Weil wahrscheinlich würde ich das dann morgen dann auf einem Montag... Äh... Würde ich heute nochmal kurz reinschauen und irgendwie mir das Tutorial anschauen. Ähm... Und dann entweder mit der Kampagne starten. Oder halt... Mit einem freien Spiel. Bleib links. Bleib links. Wobei ich denke ich kann ja mit der Kampagne einfach mal anfangen. Ähm... Ähm... Ne? Dann... Dann haben wir... Habe ich zumindest bis dahin dann auch ein bisschen Spielraum. Und ich muss überlegen wie ich das dann schneide. Weil ich habe mir nämlich vorgenommen das äh... Ja ein bisschen anders zu machen. Irgendwie genau weiß ich es auch nicht. Wo wir grad noch bei Kampagnen sind. Hier von Railway Empire und Transport Fever. Da sind ja noch ein paar Sachen ausstehend. Da könnte ich auch nochmal reinschauen wie das... Wie die Spiele aussehen. Die dürften ja eigentlich auch laufen. Vielleicht auch Transport Fever 2 dürfte auch laufen. I guess. Ähm... Ähm... Dann könnte man schauen, äh... Äh... Wir müssen uns jetzt... Wir müssen uns jetzt... Wir müssen uns jetzt... Well, stay left and then turn right. Okay, ja gut. Wir können... Wir fahren ja Richtung Reno. Ich denke mal wir dürften auch runder laufen. Äh... Rund laufen. Deutlich runder geht es hier als ATS. In der ATS 2. Aber wie gesagt... Ist ja auch nur Überbrückung. Äh... Und da hast du halt jetzt keine... Irgendwie... Da es hier halt komplett Vanille ist. Und nicht irgendwie eine komplette Karte. Äh... Einfach gemeine, weil man... Wenn... Es ist halt komplett Vanilla. Jeder kann Vanilla spielen. Jeder weiß, dass er nicht flüssig läuft. Mit einem guten Rechner. Wenn das jetzt irgendwie eine gemoddete Karte ist, dann... Kann das ja halt auch an der Karte liegen. Dass da zu viele Props sind oder whatever. Wenn das letztlich unten rund läuft. Deswegen habe ich ja auch bei der... Pfff... Jetzt muss ich überlegen. Bei der RPM-Map habe ich... Äh... bin ich zwar mitgefahren in den Videos von... Lavan aber... Äh... Die wir mit Hommelay gefahren sind. Aber... Habs halt nicht aufgenommen. Einfach weil es... Unfair wäre. Den... Mollern gegenüber. Und hier mit Vanilla da ist es halt entspannt. Können wir hier ein bisschen... Äh... Gemeinsam hier... Das erleben. Ein bisschen gemeinsam Spaß haben. Auch gemeinsam neue Sachen entdecken. Was irgendwie Neues. Ähm... Neues... 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 Ne... Map DLC draußen ist. Wo ein neuer Truck da ist. Sieht dann halt nicht ganz so sexy aus. Aber... Wir haben ein bisschen gemeinsam Spaß. Und hier haben wir einen neuen Rechner beziehungsweise Reparatur des alten Rechners... Ähm... Das ... Neuen alten Rechners? Ne... 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 Neues... Neues... Neues Rechner... Neues... Neues Rechner... Neues... Sprich um den alten, neuen Rechner, sprich um den guten Rechner, der hier noch steht, der nicht funktioniert. Darum kann ich mich dann auch im nächsten Monat... Ich da nochmal die PS4 abklemme und dann wahrscheinlich auch erst nochmal die HDD abklemme, dann den Rechner von innen vielleicht nochmal reinige von potenziellem Staub oder whatever, was da jetzt mittlerweile drin ist. Spinnenweben, die sich irgendwie durchgeklemmt haben oder keine Ahnung was. Einfach nur um den Aspekt nochmal wegzugehen, dass da irgendwie das zu verstaubt ist oder whatever. Und dann schmeiße ich den nochmal an, nur mit der SSD. Schaue, ob dann Instant in BlueStream kommt. Also, was heißt Instant? Ich glaube, das war im letzten Mal ja auch irgendwie so nach 10 Minuten oder so. Wenn der BlueStream kommt, dann schaue ich natürlich nach, versuche ich nachzuschauen, welcher Code das ist. Und ja, wenn es möglich ist, versuche ich Windows zu updaten. Wenn das geklappt hat, versuche ich die Treiber zu updaten. Und nach jedem Update und so will ich einfach mal neu starten. Einfach mal so. Ordentlich so wie beim letzten Mal, dass ich dann einfach, äh, beim ursprünglichen letzten Mal, wodurch das ja alles hier glaube ich auch passiert ist. Ähm, das war bei dem, wo das passiert ist, genau. Dass da noch Windows Update war und ein Treiber Update. Also, das Treiber Update habe ich gemacht. unwissentlich, dass es ein Windows Update gab. Ähm, im Nachhinein habe ich dann irgendwie gelesen, von wegen, ja, oder so. Ich meine, wenn man nach, ne, dass man das schon getrimmen sollte. Aber, I don't know. Wahrscheinlich auch ein Mythos. Ähm, auf jeden Fall war danach dann ja hier ne, BlueScreen-Charade. Dann rechne ich neu aufgesetzt und so. Also, deswegen versuche ich dann einfach dann doch mal hier die Treiber zu updaten und so. Ob das was bringt? Auch den Grafikkarten-Treiber. Allerdings mache ich dann nicht über hier Nvidia-Software-Scheiß. Sondern ich mache das dann über, über Geräte-Manager. Ähm, wie gesagt, versuche dann die Notiz, äh, die Fehlercode zu notieren. Dann lasse das auch dann ne Woche quasi laufen. Also, also, was heißt ne Woche? Vielleicht auch nur zwei Tage. Oder einen Tag. Sprich, ich versuche dann herauszufinden, ob es nur ein Fehlercode ist oder ob es mehrere sind. Wenn ja, keine Ahnung, irgendwie zehnmal derselbe ist, dann, äh, dann notiere ich mir das in Anführungszeichen. Und dann, äh, bin ich am überlegen. Wahrscheinlich macht es weniger Sinn, wenn ich den Rechner da nochmal neu aussetze. Dass ich dann, dann mache ich einfach irgendwie ein Backup von der SSD. Sofern da irgendwelche Dateien drauf sind, die wichtig sind, die relevant sind. Und ansonsten, ähm, schleppe ich den dann in welcher Form auch immer, ähm, in die Reparatur. Und hoffen mal, dass, äh, wenn sie den dann wieder freigeben, dass das Ganze dann länger läuft als, äh, vor fünf Wochen. War ja, glaub ich, der Rekord oder so. War das drei und vier Wochen? Ich glaub, es war dreieinhalb und fünf Wochen oder so. Äh, wie gesagt, aber ich werde dann einfach nochmal so testen. So sechs, äh, sechs, 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 sechs Wochen lang. Wenn der Rechner dann wieder hier ist. Sprich, weil ich den dann genauso nutze, wie ich ihn jetzt nutze. Ähm, sprich, zum Backupen von Streams, zum eventuellen, äh, splitten und, äh, ja. Splitten und rendern und, und, und bearbeiten und rendern, äh, von Streams, äh, und halt zum, zum Aufnehmen von den zwei bis drei Videos, äh, die Woche, die ich ja jetzt quasi übrigensweise mache. Äh, äh, von ATS, ETS 2 und, ja, whatever it will be. Sagen wir mal von Railroad Corporation. Äh, und, und, oder. Railroad Empire und, äh, Transport Reaver. Und wenn es dann nach sechs Wochen immer noch löppt, also ich werde dann auch kein Treiber-Update machen. Das einzige, was ich dann machen werde, ist dann einmal im Monat hier Windows-Update, was ich jetzt ja hier auch nur mache. Also ich habe ja hier auch bewusst die Treiber nicht aktualisiert, sondern gut gezwungenermaßen Windows. Äh, einmal im Monat oder so. Also, nach jedem Update gehe ich dann irgendwie in die, in die, bei, in die Settings von Windows-Update und pausiere das Ganze dann bis zum Maximum. Und wenn du das Maximum dann durchgehst, äh, dann schauen wir mal. Ob es einen Update gab oder nicht. Im letzten Fall gab es jetzt keins. Und wenn es dann nach sechs Wochen klappt und weiter immer noch gut läuft, dann, dann kann ich wieder loslegen. Dann werden wir uns hier auf diesen Profilen erstmal nicht mehr umher schlagen. Es gibt jetzt ein Event, daher wird es halt Leistungsgeben dazu. Ähm, ja. Dann kann ich auch wieder anfangen mit, äh, oder weitermachen mit The Bus, wo ja sehr viel jetzt raus, Neues raus ist. Dann kann ich Bus Simulator weitermachen, äh, Bus Simulator 21. Und ich kann anfangen wieder das Profil versuchen auf den Stand zu bringen, wie das vorher hatte. Dann vorher hatte ich das, glaub ich, nur, äh, äh, von True Response Simulator, hab ich glaub ich das geshared gehabt, äh, äh, rrrrrrrrrrr. von von Lawan ähm ja und natürlich oder entweder habe ich kein Backup gemacht von dem Setting bevor ich mir das Spiel geholt habe also selber dann geholt habe oder oder es fungierte nicht aber ich glaube eher ersteres weswegen ich dann den Stand nochmal neu machen musste und bis dato das noch nicht gemacht habe und auch hier mit diesem Rechner es wieder nicht machen werde sicherheitshalber natürlich ist das jetzt gerade die Sonne draußen hier reinballert und ich jetzt immer weniger sehe das war dann noch vier Spiele genau so in die Skylines würde ich hier jeden Teil noch zu Ende machen äh was war noch nur 21 war ich 05 werde ich auch in wahrscheinlich ähnlicher Form wie ich jetzt Red World Empire mache vollenden ähm ähm einfach um da mal auch zu Ende also das heißt zu Ende zu kommen also das ist ja auch jede Menge Form hier aber äh die Fortschritte sind in Größe wenn ich das dann anders äh sch- da kommt man auch mehr voran zumindest im Video Format ähm genau und könnte man auch überlegen ob man danach mit einem 1800 weitermacht im selben Format halt ne also oder im vergleichbaren schneiden der Videos ich bleib links go straight ich weiß doch gar nicht mehr genau dran äh Schweines im World zwei wollte ich schon gerade sagen einfach weil es noch so drin ist äh werde ich ihn auch fortsetzen da habe ich glaube ich noch ein Video quasi offen allerdings habe ich da noch wobei gut ich habe jetzt kein Thumbnail mehr vom klassischen Format aber eigentlich schon jetzt auch könnte ich das Video auch rausbringen das liegt ja jetzt auch schon lange auf der Platte rum dann können wir dann mal TrainSYM World 4 weitermachen und überspringen wir dann 3 müssen wir zwar auch noch holen aber ja ansonsten könnte man dann loslegen mit das ist so viele Sachen das ist das Problem das ist das Problem wie immer weiß auch schon gar nicht mehr was da noch so offen war aber dann wird es auf jeden Fall auch wieder ein paar mehr Streams geben auch abseits von von den ATLs und ETS2 Event Videos schön dass wir durch die Werke äh nicht über die Werke müssen ich versuche irgendwo noch eine Liste aber die auch mittlerweile nicht weitergeführt worden und dann veraltet ist was ist denn Liste ja gut Liste im Dokument mit Ideen deswegen weiß ich gerade ganz nicht ganz genau was da jetzt noch alles offen war aber die Ideen sind da nur halt nicht nur halt nicht der funktionssüchtige Rechner dafür ähm ja und notfalls wenn es halt nicht vibriert werden kann und nicht gefixt wird nach den 6 Wochen äh wenn ich dann nochmal den Ring ähm bin ich auch im Bild liegen ob ich dann bei ja bei bei NZST voll auf die Zunge gebissen ey ey äh dass ich dann mal schaue nach dem Rechner da habe ich schon einen Card gesehen gehabt boah gestern boah die Tage gesehen habe für 2,7 ähm in der 40 70 glaube ich ähm das ja notfalls so ne ansonsten also es ist halt die Frage ob evaluiert werden kann was das Problem ist ich vermute aber dass es halt ein Hardware Problem geworden ist oder vielleicht auch war von Anfang nachgefahren es war im Grunde genommen ja auch ein oh mein Gott ich sehe so wenig gut ich hab ach das baustückum das habe ich schon gesehen aber ich sehe trotzdem so wenig ich glaube es ist eine sehr gute Idee dass ich hier nach auf jeden Fall nicht erstmal weiter aufnehme sondern erstmal warte bis dann ein bisschen weiter umgegangen ist bevor ich die Teil 2 aufnehme naja wenn das evaluiert werden kann dann kann ich nochmal überlegen ob es äh naja ob es mehr Sinn macht halt dann das Teil zu ersetzen oder ob es jetzt halt eher lohnt damit mal was zu holen jetzt sieht also das ist 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 Das ist hier wieder so ein Staus, wo er geschlichen wird, ne, wieder schön. Heute haben wir es ja noch, 800 Meilen, ok, weit vorne sind wir noch nicht gekommen, 400 Meilen. Wann noch ein bisschen was vor uns gepennt werden muss, in ungefähr 2,5 Stunden, tanken muss ich unterwegs auch noch mal. Hab ich doch jetzt zeitig gesehen, waren wir ja glaube ich, sind wir losgefahren, glaube ich. Wann das jetzt einfahren? Ich glaube schon, also wir sind doch eigentlich schon unterwegs, oder? Ja, wenn du eigentlich wieder rein scrollen würdest, naja, geht so. Wenn wir jetzt Nevada verlassen hätten, dann wäre das schon mal jetzt die Hälfte gewesen. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ja. Wenn etwas hat. ר Ich werde es nochmal jetzt überholen. Wie spät haben wir das denn überhaupt? In den nächsten paar Stunden, hoffentlich, fahren der Paar jetzt rechts raus. Aber wir müssen besser fahren zu gehen. Okay, jetzt, 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 jetzt kommen wir. Moment, mir fällt gerade auf, ich glaube, die beiden Campagne-Videos, ich weiß gar nicht, aber waren die hier, waren die hier, 1080 bei 60FS? Wenn ja, dann dauert das dann, dann, dann muss ich mir auf alle Fälle gut die Zeit dafür nehmen, dass ich das dann ändern kann. Das wird dann auch wieder so ein bisschen Zeitmasch. Ich nehme jetzt mit dieser Mühle hier. Oh, das werde ich nicht mehr sehen, ne? Wenn ich mich hier ans Bearbeiten setze. Und weiß so, wie, 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 wie die Bitrate ist und so weiter und so fort. Oh Gott, die Sonne. Ja, ich warte auf jeden Fall. Ich werde hier direkt danach nicht weitermachen mit ich S2, was ich eigentlich ja vorgehabt habe. Oh Gott, wie viele kommen da noch? Oh, 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 oh. Also, ihr dürft hier 80 fahren, ne? Also, glaube ich. Es wäre gut, wenn ihr das auch machen würdet, dass ihr da mal über den Rät einlozieren kann. Ist auch keine Sau, ihr jetzt hier 80 fährt, ne? Also nicht mal die LKW. Der fährt ja auch nur 65. Obwohl er 80 dürfte. Es bedarf nur einen kleinen, heftigeren Ruckler. Und nicht hier in der Leihplanke. Okay, der Vortrag war glaube ich eine Kurve. Ne, okay, hier kommt keine Kurve. Es wirkte wie eine Kurve. Nach rechts. Und ausnahmlich zu schauen, weil ich muss mich gerade sehr stark konzentrieren, dass ich noch sehe, wo es da hingeht, weil einfach der Bildschirm... ... Ich merke einfach, wie sehr ich den Bildschirm sauber machen muss, sagen wir es mal so. Der wäre garantiert dunkler, wenn er nicht so dreckig wäre. ... ... ... ... da kommt mir hier nicht direkt hier doppelt zu schwitzen. Fällt gerade auf, ich hätte rechts beim Navi auch noch eine Uhr schauen können und nicht irgendwie da full focus aufs hat, aufs Dashboard, also aufs Mittelkonsole, also aufs Dashboard, weil er ist ja mittel links. Schön, dass der Verkehr nicht mal ganz so dicht ist und wir jetzt hier wieder ein bisschen mehr vorankommen bei den 65, die wir fahren können, im Maximum. Mit den Staffeln von ATS und ATS-12 wird es natürlich auch weitergehen, wenn der das löppt, ist dann halt die Frage, ob es da weitergeht mit den normalen Staffeln. Oder ob ich von vorher anfangen muss. Okay, kurz aber schon, du wärst müder, wo können wir pennen? Ich würde sagen, eigentlich schon bei der Grenze, oder? Wir sind kurz vor Elko, ich würde sagen, wo kann ich hier pennen? Ja, bei der übernächsten Waage. Hauen wir uns bei der übernächsten Waage aufs Ohr und dann fahren wir am Tage weiter und dann muss ich mich auch nicht mehr ganz so krass konzentrieren, weil dann haben wir Tag und nicht Nacht hingehen. Da ist auch mal ein Elko. Also du darfst 80 fahren, fährst du bitte nicht irgendwie 60 oder weniger als 60? Danke. Okay, da habe ich jetzt Platz gemacht. Okay, das ergibt Sinn, dass du da auf der Spur geblieben hast. Ich dachte, die Interesse verbreitet sich. Oh, ich muss noch tanken. Dann müsste wahrscheinlich vor der Maut raus. Gut, wo kommen wir auch hier? Wo kommen hier mehr werden dann vorbei? Das nächste wäre dann halt erst hier gut. Ja, dann fahren wir die übernächste raus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. die Lasten. Na gut, so wollte ich nicht bremsen, ich wollte nicht lenken. Dann haben wir mich da mal gebremst. 1.956 Pfund Gesamtgewicht. Dann können wir weiterfahren. Ja, sehr gut. Ähm, weil wir dann die Garage haben, gucken wir mal über den liegen, ob wir dann in den... Ich glaube, ich hatte das ja gemacht wegen... Weil der... Habe ich das... Ich bin jetzt in den Canvas T6908 eingestiegen, weil er so neu noch war oder so wenig Meilen drauf hat. Ich glaube, er so wenig Meilen drauf hatte. Also ich glaube, der... Volvo, der war ja derjenige, den ich mit dann... gekauft habe, gebraucht. Ich glaube schon. Muss man mal gucken. Außen. Kann man ja auch easy umsteigen. Und dann restaurieren. Wobei dann eigentlich... Eigentlich muss es auch nicht sein, weil die müssen. Ja, wobei... War ja der Plan, aber eigentlich muss es ja nicht so sein. 月nウ disabled. Vielleicht war's ja gar nicht... Wir vor den ersten literally... Schöpfe ... Wir brauchen deine aproximen... Und wir sind ja noch bei 5 Sternen. Okay, einfach nach dem Canyon was bleiben und dann gehen wir auf 10.000 Meilen fahren und dann steigen wir in den nächsten ein und dann fahren wir den auf 10.000 Meilen. Also, vorauswärts in der Brasse kommt nicht raus, dann wenn ein anderes Event läuft, dann switchen wir natürlich zur Ausfahrt Nr. 1. 1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 10. 10. 11. 16. 12. 12. 13. 14. 14. 13. 15. 15. Gefällt mir nicht, dass hier schon wieder sogar bremsig wird. Haben wir es da weit oder kommt gar kein Sekundenschlaf, wir haben es nicht mal ganz so weit. Auch eine S-Kurve, dann sind wir da. Oh, oh, oh. Oh, oh. Dann hauen wir uns erst das on tanken dann. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Und da geht die Sonne der Werke sehr schön, kommt aber gleich bestimmt wieder. Wo schlafen wir, werden wir nicht mehr sehen, wenn wir vor Ort sind. Wo schlafen wir eine neue Route. Wo schlafen wir eine neue Route. Wo schlafen wir eine neue Route. Geh direkt. Wo will der mich gleich hinführen? Es wäre echt knapp gewesen hier. Und der Strafe wegen Verstoß und so. Okay, wir finden eine neue Route. Hier kommen wir eh nicht rein. Dann parken wir hier. Dann schlafen wir auf dem... Direkt hier... Äh? Noch ein Stück. Rerouten. Wenn möglich, machen wir eine U-Türk. Never mind, ich werde eine neue Route finden. Dann fahren wir einfach mal so rein. Und... Hauen wir uns... Wir sind nicht ganz dran, oder? Ah... Das geht noch. Hauen wir uns kurz aufs Ohr. Und tanken dann jetzt. Da war ja was mit der Verstockung sind. So... Dann tanken wir mal. Oh... Drehen dafür nochmal kurz die Ehren. Und... Kein Grund jetzt mehr zu lecken. Also... Es ist nichts passiert. Wir waren hier vorher schon. Da merken wir noch, da steht zwischen Tag und Nacht. 4 Dollar 18. 236,5 Gallonen für 9,88 Dollar. Ich war noch nicht ganz rum, habe ich das Gefühl. Okay. Schön, dass wir... wieder so ganz sugiert aufhängen. Ich wollte schon gerade sagen, wir kommen doch rum. ... Wahrscheinlich soll ich dem Pfeil nicht folgen. Habe ich gerade das Gefühl. Ich kann es aber trotzdem... Okay, wir werden den Pfeil nicht folgen sollen. Sehr gut. Und dann geht es wieder ab auf die Interstate. Und ich diesen komischen Weg, den ich gerade eben wollte. Und dann... Und dann... Wir haben wir schon direkt hier. Wir wollen den links abbiegen. und dann sind es noch nur noch 528 und ich meine die elf mehr als die elf haben wir sind uns jetzt nach salt lake city und dann gehen wir wieder hin Das ist wieder ein bisschen reinklar, dass wir draus müssen. Das zeigt jetzt wieder ein Anfallstrichen, weswegen wahrscheinlich ist es gerade doch ein bisschen vermehrt geleckt, wobei ich gerade nicht mehr genau weiß, wie sie es erst zuvor geleckt hatte. Ja, ich weiß auch immer noch, dass es so einige... Müssen wir mal gucken, an welcher Platte das war. Wer hat auf dem Laptop oder der irgendwie überhützt worden? Wie was macht, was mehr ist als... ...keine Ahnung... ...irgendwelche Sachen, die jetzt nichts... ...was bewegt, beziehungsweise... ...das nicht überhützt. Habe ich schon hier rübergezogen? Eigentlich schon... ...weiß ich mal schon, aber einfach weil es ja noch einige Ideen waren, aber einige Spiele, die ich auch für Livestreams mir so angedacht hatte. Ähm... ...ja... ...Aleskan... ...Aleskan... ...Aleskan Road Truckers? Äh... ...das ist auf alle Fall auch eines der Sachen... ...die denn... ...Videoformat mäßig... ...hinzukommen. Natürlich, wie gesagt, Tourist Pass Simulator, dass ich da... ...dann weitermache. ...ja... Ei 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 ei... ...da, ne hier... Ah, schick, schick, schick. Ach, das ist schön mit den Hügeln und den Bergen im Winter, wenn wir hier so im Tal sind. Ah, da lädt ein Zug rein. Super. Super. Ja, genau, also wird wahrscheinlich dann nächste Woche in Railway Empire oder Railway Corporations dran kommen. Wollte ich nochmal schauen. Also kann natürlich sein, dass ich jetzt Railway Corporations mache. Kampagnenmäßig, ich weiß ja gar nicht mal, wie viele Kampagnen es überhaupt gibt. Das Ding ist, ich habe ja auch alle mittlerweile jetzt, wirklich alle Add-ons, wobei ich glaube ich nicht habe hier auch alle kostenlos. Ich glaube ja auch alle kostenlos untergeladen. Sprich, da wird es wahrscheinlich dann auch eine Menge Material geben. Mal schauen, vielleicht dann Railway Corporations montags oder so. Muss ich nochmal schauen, aber ich will es auf alle Fälle jetzt schon mal aufnehmen. Dürfte ja genug Platz auf der Platte sein, hoffe ich mal. Oh, ich habe jetzt gehört, auf alle Fälle machen muss, schnell weiterarbeiten von den ganz anderen Sachen, dass ich dann auch Train Station 2 weitermachen kann, dass ich da das Projekt dann, das eine Projekt zumindest, abschließe und dann Train Station 2 auch weiterspielen kann. Jetzt auch ein bisschen mehr von der 8-Jährige Mittelplatte, die fast komplett voll ist, wieder weg. Es ist echt ein Problem, dass ich nicht daherkomme mit den auch nicht dein Ernst. Ja, wobei nicht so wild, dann fahren wir halt die Interstate 84 auf die Interstate 80. Jetzt auch ich mal 25 glaube ich, ne? Ja. Ich erkenne es nicht, weil genau gerade, genau da, genau jetzt gerade auf der 3, aber genau da scheint gerade die Sonne rein. Ja. 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 Timing und so, ne? Das sind ja auch so Sachen, die ich mich noch kümmern wollte. Wobei, was besonders ist, weil eigentlich weniger mit Tinted Glas und so, hier, was ist Tinted Glas, so ne Tinted Folie, primär ist mir ja eigentlich auch nur wichtig, dass hier ein Fliegenkinder reinkommt, dass ich dann im Sommer das Fenster aufhaben kann, ohne dass irgendwas hier reinfliegt. Das ist noch grün, ja, noch grün, jetzt rot. Das ist ja die Frage, ne? Mach uns einfach mal. Stay right, then turn right. Turn right. So. 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 kurz nördlich und soltex city vorbei aber das wird schon wieder nice werden wenn dann hier der Echler funktionieren sollte aber wie gesagt testen wo ich gerade bin. Am Hochbeschreuling ist natürlich relevant, aber am Rundhüberschreuling ist gerade relevant. 369 Meilen noch bis Cheyenne. Also wahrscheinlich nur so um die 340 für uns. Dann kurz vor Cheyenne geht es ja zum Wohlbird, war das ja glaube ich, wo wir ihn liefern. 351 Meilen sogar, geht noch mal nicht, 340 Meilen noch 50. Und wir müssen jetzt wieder rausfahren. Wir können halt nie schöne Sachen haben. Ein einziges Mal an der Maut vorbei. An der Waage vorbei, ansonsten jedes Mal drauf. Gesamtgewicht von 33.309 Pfund. Alles gut. Schleunig mal wieder um auf die Bahn zu kommen. Da haben wir dann die Garagenschälen gekauft, dann können wir mal sparen, das ist aber schauen, wo die Fahrt morgen hingehen könnte, also im nächsten Video quasi dann gehen könnte. Dann ist es ja wieder, fahren wir ja wieder nach dem besten Auftrag, wobei ich da ja auch der beste Auftrag war lustigerweise, aber es war ja mit dem Ziel danach entweder in Wyoming, Kansas oder Colorado in der Garage zu kommen. Also die Pause ist ja wirklich definitiv nötig mit der ganzen Sonnenstrahlung hier. Ja. 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 Da geht es wieder schön geradeaus. Ja. 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 Muss ja auch mal sein, ne. Das war's. Oh Gott, ich hab gar nicht gesehen, den da vorne sehe ich, da fahre ich hinterher. Oh, okay, wenn ich jetzt eigentlich das Video noch geredet hat, äh schon geeditiert habe, was ich gerade noch editieren bin, um hier Platz auf dem Smartphone zu bekommen, sollte ich mich echt mal an die Statistik nochmal setzen. Wenn ich dran denke natürlich, also ich weiß, was ich nicht tun. Ich merke die Ausgutgröße und hier nicht. Super. Ich glaube, ich sollte wieder ein bisschen weiter nach vorne gehen, dann würde ich wieder ein bisschen mehr sehen. Und hier klebt wieder ein Bildschirm. Ich glaube, ich werde ein bisschen mehr sehen. Ich glaube, ich werde ein bisschen mehr sehen. Stay left. Ja, machen wir doch. Ich hätte gerne mehr vom Plakat gesehen oder vom Billboard, aber... Das sehe ich dann halt erst nur beim... Ja, gut. Kann ich das erst so richtig bei den ähnlichen Tieren sehen. Davon habe ich gerade wenig. Muss ich deutlich früher machen. Das heißt, die hier betrifft. Das wird auch wieder nachts, das wird auch wieder belastend. Dann kommen wir an. Kurz vor 12. 80 Meilen haben wir noch. Endspurt quasi. Ja. 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 aber wie gesagt, ich krieg mal 4 Buds drauf und das hängt gerade wieder mal an ein paar Videos, die das eine Video muss ich gerade noch ein weiteres mal wegen Copyright Claim und Sperrung quasi nächstes Mal machen zeites Mal oder drittes Mal nein drittes Mal rennen wir nochmal dann werde ich noch 2 weitere Videos kleiner machen bin ich auch wieder mit dem Shop schon eine Woche beschäftigt was belastend ist, weil es ja nicht so ist, dass neue Videos hinzukommen müssten ich habe wahrscheinlich ein bisschen Puffer, aber nicht viel Puffer bis dann die Videos verschwinden bevor die einen Videos verschwinden und deswegen muss ich gleich kurz gucken, ob ich da noch ein bisschen Platz machen kann ich glaube schon ich reiß das sogar auf, wenn ich nochmal bei den beiden Kanälen gucke oder bei den einen beiden Kanälen, in der Tat ist doch nicht langsam weg damit, was man nicht braucht was man kann noch ein paar Mal zurück auf 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 Es ist halt echt nervig, dass das dem Seitenspieler allzu ultrahell ist, also weiß ich nicht. Ich glaube, man kann es auch nicht einstellen, also ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeschaut, ich schreibe es gerne in die Kommentare. Wenn man dann einstellen kann, dass die Seitenspiegel nicht so krass überbelichtet sind. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Der Kontrast ist halt echt zu stark. Also, das ist zu stark und zu sanft, das ist jetzt zu hell. Vielleicht fahren wir den hier auch noch auf 10.000 und dann rühre ich ihn nicht mehr an. Kann auch sein. Dann fahre ich lieber mit mit Elternmodellen. In Anführungszeichen muss ich bei Modellen, die jetzt nicht solche digitalen Spiegel haben. Da müsste er eigentlich gleich da sein, ne? Na gut, 80 Meilen, 75 Meilen, 74 Meilen. Quasi um die Ecke. Schön mit dem Mond. Haben wir es jetzt bald. Ne, haben wir nicht. Dann die ganzen Prefabs und Gebäude und Assets laden noch rein. Aber jetzt geht es scheinbar. Ich habe es halt callen und jinxen müssen. Ich lenke, hallo, bitte, danke. Ja, ich kann es auch kaum erwarten. Ein vernünftiges Widersteht. Ich muss eigentlich gegen die Lecks gegenlenken. Ich kann es nicht mehr durch. Ich kann es nicht mehr durch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kommt da was? Ich glaube nicht. Kommt da rechts. Kommt da rechts. Und dann schreie nach rechts. Schreie nach rechts. Schreie nach rechts. Oh, wieder so ein schönes, schönes Ding, wir halten mal hier, weil wir haben ja Papiere und so, damit man uns auch sagt, wo wir hin sollen. Okay, da, da wir hin. Okay, da, 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 da. Wunderbar, dann nahmen wir mal die Terminal-Zugmaschinen ab, die wir gleich wieder ausgehen wollen. Ausgerechnet Terminal-Zugmaschine von Stockton nach Cheyenne geliefert. Gefahrenstrecke 1, 2, 3, 4 Meilen. Und auch, anders gesagt, 1.234 Meilen dauert's, ja, gut, ne? Bisschen Power dazwischen, wahrscheinlich so zweieinhalb Stunden. Äh, verbauter Kraftstoff 179 Kalon. Das war der 164. Erledigte American Spark Simulator World of Trucks Auftrag. 103.000 gab's dafür, 3.292 Erfahrungspunkte und ein neues Level, Level 32. Sprich, ein letztes Mal geht's auf Fernfahrten, sprich über Lieferung an einen beliebigen Ort. Das heißt, nächste Folge könnte sehr, 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 sehr lang werden. Und die nächsten Folgen und so weiter und so fort. Die nächsten Videos, äh, wollen ja nicht von Folgen sprechen, es sind hier nur Videos. Äh, vielleicht 30% höhere Verbötung für Lieferungsschrecken. Wird über zweieinhalbtausend Meilen. Oh, ab dafür. Und dann holen wir uns jetzt die Garage. Äh, in Cheyenne. Das sind auch noch mal 28 Meilen. Wir haben knapp 1400. Äh, let's go. Ja. Da haben wir noch mal ein paar Nullen dran, was? Äh, wir haben knapp 1,4 Millionen. Komm von hier raus, äh, aus raus, ich glaube nicht, oder? Nee, sieht nicht so aus. Dann können wir auch direkt in unsere frisch gekauften Garage uns dann aus Ohr hauen. Und schauen dann auch dort am Computer dann. Nach dem nächsten Auftrag, der eventuell morgen passieren könnte. Oh, tschüss und so, ne? Tschüss und so, ne? Dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen. Gas können auch vor die 45 Meilen kommen. Oh, darf die 70? Weiß ich nicht. Ich glaube 75. 80. Das war ganz schnell da sogar. 80. Ich darf gleich noch nicht allzu sehr in die Eisen gehen. Dann... Dann kann man schnell ankommen. Da kann man schnell ankommen. Gasse geht man so Ich muss kurz fragen, woher die Ampel ist Ich bin sicher, dass es eine Diamond in der Faktion ist Das sah ja so aus, was mich gelassen würde So, kann man schauen, aber noch nicht Turn left Get ready to turn left So, was ich jetzt zu Was ich jetzt hier sehe, ist eigentlich sogar ein cooler Ort von der Garage Aber ich sehe hier auch nicht viel Also, das sehe ich schon Wir haben eine Arbeitslange der Tour entdeckt, sehr schön Und da sind wir Bei unserer neuen Garage, die uns nur 180.000 kosten wird Ja, ich möchte die Garage in Cheyenne wirklich kaufen Sehr schön Und damit sind wir auch ausgerüstet für das Nebraska DLC Wenn das dann kommt Dann fahren wir mal rein Und schauen wir mal einfach spaßeshalber nach Wohin es jetzt gehen kann Im Morgenvideo von Cheyenne aus Der Auftrag ist weg Der Auftrag ist aufwirkend Der Auftrag wird aufwirkend sein Wahrscheinlich Ich sehe auch nicht mal, wie viel das kostet Wie viel wir bekommen Okay, 30k Ja, das ist eine gute Frage 18 Stunden Ja, das sind alles kurze Aufträge Ne, dauert nicht alles lange Wir wissen es nicht Wohin es im nächsten Video gehen wird Schauen wir einfach mal Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich eine Garage Oh, was ist endlich Ne, wir haben jetzt die Garage Neue Das neue Map Die es jeder kann kommen Jetzt fahren wir einfach nur Die Gegend und haben Spaß beim Fahren Vielleicht kommen wir noch mal eine Garage Upgraden sie Whatever In dem Sinne Ich hoffe es hat euch gefallen Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder Macht's gut und bis zum nächsten Mal Tschüss